Ihr wollt mehr von meinem Gameplay sehen und das auch noch live? Dann habe ich jetzt die Lösung für euch. Auf Mixer werde ich euch ab sofort mit Livestreams zu den neuesten Spielen versorgen. Ich werde jede Woche mehrmals für und mit euch streamen. Und das Beste, ich kann direkt auf euch reagieren. Dank dem Mixer-FTL-Streaming-Protokoll wird euch alles nahezu in Echtzeit gezeigt und ich kann noch schneller auf den Chat reagieren. Zukünftig wird es meine Livestreams also nur noch auf Mixer geben. Worauf wartet ihr? Kommt vorbei auf Mixer.com, folgt Crangist und die Reise kann beginnen. Ich freue mich schon auf euch. Bis zum nächsten Mal.